Hi, ich bin's wieder. Euer Anis. Heute gibt es wieder eine Tour. Lasst mich überraschen. Bis gleich. Servus miteinander. Heute darf ich vorstellen, das ist der Uwe und das ist der Bojo. Servus. Servus miteinander. So, heute machen wir eine Tour zur Silbersandhöhle. Kommt mit. Hier gibt es noch einen Schaukasten, der Dillberg, ein Schau ins Land. Melodie. Sehr geil. Bei den ersten Höhlen angekommen. So, jetzt gehen wir einen Schaukasten. So, jetzt gehen wir einen Schaukasten. So, jetzt müssen wir die Stirn damit noch anmachen. Hier geht nichts, hier fließt Wasser raus. Abonnieren. Ich bin's so unterwegs. So, das ist passiert, wie es hier ist. Ich bin's. Ich bin's. Hier bin's. Ich bin's. Da geht es auch weiter. Der Wahnsinn. Da ist auch was, hier kannst du auch noch eins schauen. Jetzt zeige ich dir, warum das hier so fällig ist. Guck. Ja, die gibt es öfters. Das war schon cool. Nichts was reden. Ups. Achtung, Bautzi. Das hat schon noch hergespalten. Scheint nochmal eine Höhle zu sein. Lagerfeuerspuren. Das hier ist kein Kokain, kein Heroin. Das sind jetzt Rauchtabletten, die wir testen. Das hier ist kein Kokain. Ja. 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 Das ist ja kein Feuer, ist ja kalt drauf. Ja. 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 so, wir haben uns ein bisschen gestärkt und am Ende unserer Tour sind wir auch, sage ich nur noch Servus, Ciao, mach's gut, Servus, Servus, bis bald so, mach's gut, Servus, 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 Servus